Hi Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute ist die Niko The Wild Hunt dran. Wir haben hier ein Kaliber von 29 mm auf 36 Schuss mit einer kurzen Brenndauer von 20 Sekunden. Und hier sind übrigens auch Heuler mit verarbeitet. Das ist eine Neuheit 2023, was diese Batterie sehr besonders macht, um zu schauen, wie die aktuellen Heuler jetzt sind, die hergestellt werden. Und wir haben eine NEM von 462 Gramm. Preislich habe ich glaube gesagt 35 Euro, wie dem auch sei, gekauft in der Einkaufstour 2023 im Groschenmarkt. Weiter mit The Wild Hunt. Die Wild Hunt. Die Wild Hunt.